unter franken am ersten august 2022 wir bekommen unseren neuen firmen lkw und lkw das ist wirklich untertrieben es ist ein high lux wie hier von busch camper aber im moment noch einer einigermaßen zivilen version ohne aufbau der julian der steht rechts von mir den wir mal gleich mal sehen der hat mir dieses fahrzeug hier gebaut und damit man das ordentlich vergleichen kann haben wir das original fahrzeug vor dem umbau mal daneben gestellt ja ich grüße dich julian du bist meister ich bin meister klaus riemann fahrzeug baumeister unter franken wo sind wir wiesentheide als ich reingekommen bin ich war recht sprachlos konnte es aber nicht so ganz zeigen denn so erstaunt war ich noch nie über ein auto wie kann man nur ein solches auto so unglaublich toll machen du hast dir viel mühe gegeben die ganze umbauzeit circa zwei wochen hast du investiert und das ganze hast du sehr schnell gemacht denn wir wollen ja da hinten drauf eventuell ja noch ein busch camper drauf bauen im aufbau und er ist schon mal vorbereitet und hier sieht man sehr schön so sieht das ding aus wenn es von toyota kommt und das schöne ist natürlich alles was drüben verändert wurde ist selbstverständlich durch den tüv eingetragen und es ist so verbaut als ob toyota selber eine offroad version ihres high looks gebaut hätte und es wirklich toll geworden ich finde klasse auch genau gebaut von einsatzzweck wir waren vorhin schon mal im gelände also das ist alles was wir bauen ist nötig können das ja mal kurz sehen da ist eine stoßstange drauf von a b machen gerade einen gefallen damit es mal richtig schön aus ist mach mal die zündung an dass das licht mal sehen denn der hat ein tolles tagfahrlicht von osram mit eingebaut vorne das ist bei der stoßstange mit dabei ist eine a b smart bar die hier verbaut worden ist und das ganze ist richtig toll hier ist ein schnorcheln mit dabei wir waren im gelände haben ihn ausprobiert und er konnte fast übernatürlich sich bewegen rockslider hast du eingebaut wir gehen gleich mal stück für stück durch wenn diese fahrzeuge hier umgebaut werden dann führst du ja mit den kunden gespräche was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist und du hast quasi meinen wunsch so ein bisschen entsprochen ich wollte ein fahrzeug haben was unglaublich wie soll ich sagen mal so ein bisschen sportlicher aussieht kann das sagen es soll cool ausschauen und das haben wir geschafft wir haben ihn einfach nutzbar für die straße gemacht und gleichzeitig tauglich fürs offroad das ist so die spur wurde verbreitert ja wir haben eine spurverbreitung drauf gebaut dann die stoßstange wie schon erwähnt dann sieht man auch schon den bröschungswinkel hier was war auch im gelände unbedingt brauchen das beim original eben fehlt da ist die stoßstange zu tief haben wir eben probiert wir haben auch fotos dazu mal gemacht die stoßstange hier hätte mit größter wahrscheinlichkeit schon aufgesetzt es war noch gar nicht so extrem was wir gemacht haben aber trotzdem ist das fahrzeug im grunde nachher genauso geländegängig wie das hier bloß die limits wurden erhöht oder bei dem fahrwerkstechnisch 70 mm vorne 70 hinten und dementsprechend halt alle komponenten was dazu nötig sind haben wir ausgetauscht wenn man gerade mit dem finger 70 cm zeigst wie viel sind das stück das stück das sieht so wenig aus aber in der praxis wenn man es direkt vergleicht enorm oder wie im offroad eigentlich wenn man den berg sieht schaut es eigentlich überhaupt nicht schwierig aus aber ist schon meistens heikle geschichte wenn wir eins machen starten wir gerade den motor und drehen mal bitte das rad hier mal zu mir so machen wir aus so wir schauen uns das ganze jetzt mal an denn auch unter der haube hat sich einiges verändert das können wir gerade mal schauen also unter der haube meine ich jetzt mal hier vom fahrwerk her für alle nicht spezialisten so wie mich was ist eigentlich ein fahrwerk ein fahrwerk ist die komponente wo das fahrzeug mit der straße verbindet also quasi den festaufbau mit der straße und das ganze muss gedämpft sein das macht einen schwingungsdämpfer und eine feder so das ist nicht mehr original hier nein da haben wir ein fahrwerk von efs eingebaut und das ganze ist aufeinander abgestimmt also die höher legung und die dämpferwirkung das ganze hast du auch gesagt die räder die hier drauf sind die sind hochgradig geländegängig das sind richtige weltreiseräder aber für die straße ist das eigentlich ein kompromiss da gibt es etwas bessere reifen die du festgestellt hast für unsere bedingungen das sind diese reifen hier die haben nämlich einen vorteil dass sie etwas weniger schwingen oder wie hast du das beschrieben naja also die sind laufruhiger und ich habe eine bessere wasserverdrängung das ist sie hat auch nicht so große stollen und deswegen sind sie auch leiser auf dem asphalt sind einfach den straßenwitterungen bei uns besser angepasst das ist ein grabber at 3 das sind zwei unternehmen die sich so ein bisschen betteln das eine ist wer michelin und andere ist channel ist continental continental die haben jeweils glaube ich diese firmen gekauft was auch immer sie gemacht haben und ich wollte es aber ich sag mal von der optik ein bisschen böser und da blieb eigentlich nur ein reifen übrig orterrain ta von bf goodrich mit der weißen beschriftung gibt es auch ohne beschriftung ja kam rumdrehen kam rumdrehen der ist nicht der ist nicht laufrichtungsgebunden nein gar nicht so der ist an der seite offen das heißt also matsch richtiger matsch kann zur seite abfließen und vor allem selbst reinigender effekt das heißt der matsch schleudert sich wieder raus haben wir eben ausprobiert diese dieses fahrwerk hier wenn du mal gerade die einzelnen komponenten beschreibst da gibt es bei der höher legung grenzen die grenzen haben wir ausgereizt ja die haben ausgereizt und wir haben hier auch eine achsschenkel also verlängerung hier das teil hier das teil da oben genau und das wurde von uns ausgetauscht das originale und wurde von uns ersetzt durch ein längeres damit auch die achsgeometrie später wieder passt so das ganze wurde dann später eingemessen da kommen wir gleich noch drauf du hast viel unter bodenschutz du hast wachs verwendet an den wichtigsten stellen noch mal zusätzlich exakt das heißt kein fahrzeug geht raus wo nicht die kritischen stellen alle behandelt wurden so jetzt geht es weiter dieser dämpfer hier der kommt aus australien was macht denn so gut einfach die jahre oder jahrzehntelange erfahrung also die firma efs ist 40 jahre in dem stoßdämpfer und fahrwerksbau und deshalb entwicklung auch und deshalb nehmen wir die die fahrwerke weil sie sich bewährt haben okay kann man das einstellen das fahrwerk nein ist nicht einstellbar da ist es aufeinander abgestimmt weil das einstellen an sich das macht man nur einmal und das muss man auch verstehen das ganze und das ist hier eben voreingestellt so wir haben auch das differenzial wurde abgesenkt sag mal das differenzial wo ist das differenzial ist am ende von der antriebswelle am ende von der antriebswelle es wurde abgesenkt damit damit der knickwinkel von der antriebswelle eben wieder eher ans originale kommt sonst läuft sie zu steil und die homogeneten die außengelenken die das ist vermehrt verschleißanfällig so jetzt sehen wir ganz viele videos immer in amerika du kennst zum beispiel netflix da bauen die irgendwelche fahrzeuge um und testen die mal direkt nachdem sie umgebaut haben live auf der straße in deutschland undenkbar das heißt du kannst dich einfach mit so einem umgebauten fahrzeug mal kurz testen hier auf öffentlichen straßenverkehr oder wenn du das siehst ist das meistens gefakt oder was denkst du ja ich denke das wurde schon ein zwei mal ausprobiert das ganze und bei uns läuft es in serie also jedes fahrzeug kriegt genau diese umbauten und es hat sich bewährt deshalb setzen wir auf diese komponenten also alles ist eingetragen ja das ist dir wichtig da sind ganz viele dinge die eingetragen werden müssen zum beispiel dieser rock slider der hier mit dabei ist das ist ein ganz besonderer beschreibt immer bitte ja das ist ein alu rock slider der sehr leicht wiegt also beide zusammen wiegen sechseinhalb kilo und der dem braucht man einfach um den schweller zu schützen wir wenn wir in glende fahren man hat einen relativ langen radstand dann ist natürlich das erste was im gelände auf sitzt ist der rock slider beziehungsweise wenn man nicht hat der schweller und man bestätigt sein fahrzeug ich werde das gleich mal einblenden wir sind damit mal kurz auf eure neuere baustelle gefahren jetzt zieht demnächst um die halle ist ja schon groß genug aber die wird jetzt noch größer und direkt beim ersten mal es war noch gar nicht so spektakulär hat er seitlich an beiden seiten aufgesetzt ja weil wir einfach doch vom gelände her das war anspruchsvoll sieht zwar im video und auf dem vordergrund nicht so aus aber du bist ja selber gefahren selbst gefahren also ich habe zunächst gedacht das auto ist nagelneu es hatte 80 km drauf du hast den probe gefahren das war es da hat man doch schon eher furcht vor und du hast gesagt als weiter genau ja man muss auf dem gras bleiben wenn man es nicht gewohnt ist wir haben einmal den allrad eingeschaltet dann einmal die untersetzung und die differenzialsperre an der hinterachse das machen wir uns gleich mal im einzelnen an das ist die hinterachs federung da ist ein dämpfer mit dabei das heißt also der hat eine stahlfeder hin genau eine plattfeder an der hinterachse da haben wir jetzt sieben federlagen eine haben ausgebaut weil du eben noch einigermaßen komfortabel fahren möchtest hast du gesagt keine last im moment das heißt die last im moment was darf ich drauf packen 1200 kilo 1,2 tonnen so hier vorne das ist das federelement was du ausgebaut hast zwei stück genau einmal links einmal rechts und wenn die last wieder kommt also wenn man den aufbau hinten drauf machen dann kommen die auch wieder rein so für alle fans des offroads hier haben wir eine anhängerkupplung dran das liegt daran der ist so hoch geworden dass man mit der anhängerkupplung die sehr mäßig mit dazu kam die winkel nicht mehr einhalten könnte das heißt du hättest keinen normalen anhänger mehr ziehen können deswegen ist die so tief die kann man abnehmen die kann man abnehmen genau fürs gelände das sind sechs schrauben und dann ist die weg wir sind eben durchs gelände gefahren was ist eingetaucht die an den kupplung ja aber das macht ja nichts dieser stahl die zieht sich dadurch das muss ja aushalten von den kabinen hier hast du wie viel jetzt weg geworfen bis jetzt von den britschen acht stück acht stück leider die brauchst du später nicht mehr die wird auch abmontiert in kürze im moment braucht man die noch weil das wird ladefläche sein denn das ist ein firmen lkw im moment wir können auch mal zeigen du hast solche boxen im angebot die ich sag mal boxen werden jetzt hier in der doka montiert da sind keine sitze mehr drin genau weil es eben lkw zulassung beziehungsweise für dich so umgebaut wurde kann man schauen da ist der eintrittsstufenhilfe das ding ist sackhoch wenn du mal gerade zeigst mal wie man da einsteigt und das ist so und das gleiche mal bitte auf der anderen seite das gemein so dass das geht relativ easy und bitte noch mal auf der seite wenn du mal ist man man kann sich sogar noch reinsliden das geht noch aber ich sag mal es ist schon ein gutes stück höher nämlich um genau zu sein sieben zentimeter aber die optik ist ja schon hammer da ja und vor allem die offroad fähigkeit das ist ja auch wichtig du hast gesagt du willst ein bisschen offroad fahren und damit glaube ich habe ich deine erwartungen getroffen ja du hast mir auch erzählt im moment haben ein echtes problem dadurch dass wir keine last drauf haben ist die offroad fähigkeit ein bisschen eingeschränkt exakt ja das gewicht drückt natürlich auf die achse und die verschränkung wird noch besser man hat wenig verschränkung weil einfach das gewicht fehlt an der hinterchse so wir gucken wir hier nach vorne die arb smartbar hier ist sie drauf sieht aus als wäre sie aus kunststoff das ist aber nur der schokoguss darunter ist ein richtiges stahl element genau das ist mit stahl hinterlegt dass es extrem massiv ist ist auch für eine seilwinde ausgelegt acht millimeter stahl links rechts vorne unten und was man außen sieht ist nur die hülle die optik die die schweizer mittlerweile sagen so was lassen wir nicht mehr zu was sagen die deutschen das ist möglich nach einer prüfung ist auch eingetragen das heißt selbstverständlich ist das aber jetzt kein teil was automatisch mit ce irgendwie angebaut werden kann und ich für die papiere mit oder ist das eintragungswichtig du musst es in teile gut achten und das muss in den fahrzeugpapieren vermerkt sein mal kurz zur seite ein kleines bisschen nach links dass wir das sehen und jetzt hau mal mit der faust drauf das muss man sehen das ist kein kunststoff sondern da ist stahl dahinter das hat einen sehr praktischen nutzen wenn du mal gerade die motorhaube öffnest dann sehen wir mal da ist ein 2,8 liter turbodiesel drin mit über 200 ps leistung und das ganze holt er sich aus fast drei liter hubraum aus vier zylinder nämlich an ja also in langhuber ja genau so und hier sieht man das sehr schön was ist perfekt geschützt vorne der kühler genau der kühler der sitzt hier und wenn der kühler defekt ist dann fährt das fahrzeug nicht mehr und wir haben hier einen abstand von 40 zentimeter zirka da ist da kommt nicht so schnell ran also der kühler wäre bei einem frontal aufprall ich rutsche zum beispiel ab auf dem berg knalle gegen baum da ist wahrscheinlich sogar der baum kaputt ja das ist wie wie ist der jetzt befestigt du hast mir erzählt dass es sehr aufwendig sind den zu montieren ja also die wurde an dem originalrahmen befestigt und die winde wurde da auch integriert und dadurch kommt die stabilität zusammen die stoßstange ist ein ganz wesentliches element weil sie den rampenwinkel massiv gerade in schräg situationen verändert ja das stimmt seitlich ist sie von vorteil vorne nehme ich mir böschungswinkel im gegensatz zu der original das heißt die ist ein bisschen länger als die originale aber auch gewollt von uns weil dann passt das verhältnis von rampen bzw böschungswinkel vorne und aufbau kabine hinten das heißt überall wo ich vorne ohne schleifen quasi drüber fahren kann oder hoch fahren kann schleift meine kabine hinten nicht am boden so wir können uns das mal anschauen da ist die gleiche stoßstange verbaut was ist hier noch anders also da ist eine andere felge drauf ja das sind oxo felgen drauf es geht um die traglast erhöhung ich habe hier eine traglast von der felge von 1200 kilo und das benötige ich auch für die auflastung auf dreieinhalb tonne hier sind noch ein paar sachen anders hier ist ein ganz anderer rockslider drauf du hast aber schon gesagt der neue den bei mir verbaut ist gar nicht so schlecht der ist ein bisschen anders montiert genau der ist an der karosserie montiert und unsere rockslider sind am rahmen montiert das ist aus stabilitätsgründen habe ich das ebenso umgesetzt ist so üblich und man kann schaden der karosserie überhaupt nicht weil man im rahmen befestigt ist so warum habe ich hier vorne nicht so ein gummiding dran was hier an so einem seil gehalten wird weil du die originalen räder drauf hast das heißt da ist es ich sage mal bedingt nutzbar vor allem du hast die kotflügelverweiterung so und die die nimmt ja das ganze weg also die nimmt das spritzbild im gelände oder vom dreck matsch sand nimmt die weg was ich auch nicht haben wollte warum auch immer weiß ich noch nicht hier ist jetzt so ein ich sag mal ein lüfter drauf oder so ein schnorchel aus einer anderen firma aus einer anderen manufaktur warum der jetzt bravo hier drauf weil das lieferbar war also man muss wirklich sagen die lieferketten momentan sind schwierig und wir verwenden das wo lieferbar ist schön den spiegel habe ich abgelehnt warum nur weiß ich immer noch nicht aber das ist ein richtig genialer spiegel zeig mal was der kann ja vor allem du kannst ihn ausziehen also wenn du wirklich ein hindernis seitlich hast oder einen anhänger betrieb dann kannst du ihn ausziehen und der ist halt nach wie vor stabil das ist massiv gebaut und das beste ist innen hat man doppel spiegel und man kann mit dem unteren spiegeleinheit kann man quasi sein fahrbaren rand besser im blick behalten das heißt du weißt immer wo dein hinterrad sich befindet aber ohne aus dem fenster zu schauen aber ich bin ja nicht weg das ist ja der vorteil das heißt ja ich komme noch mal wieder da können wir das ja noch mal testen hier sieht man diesen rampenwinkel der beziehungsweise unten der zerböschungswinkel das ist ja blöd da hinten ist so ein rohr drin jetzt kann man einen kannste einglauben das ist hier einfach für für die europäischen straßenverhältnisse braucht man den man braucht die bodenfreiheit von 55 zentimeter und die wird man ohne eben nicht einhalten das den kann man auch umklappen und da vorne steht das ganze da hat man quasi sein kabinenheck noch geschützt wenn es zu einer kollision kommen sollte ja witzigerweise da ist auch ein tank mit drin abwassertank glaube ich und einstiegshilfe so das ist mit dabei so du hast gesagt wenn ich vorne hinkomme und es schleift nichts dann komme ich hinten auch hin genau weil meistens ist ja so ich habe schwung und fahren mit schwung den berg hoch und wenn ich jetzt zum beispiel die original stoßstange dran habe dann ist der rampenwinkel um einiges das sind fünf grad verbessert und dann kann es passieren dass ich eben mit dem heckbereich dann den boden streife und das wäre natürlich unvorteilhaft so das basis fahrzeug hier das ist ja jetzt der komplette camper bauzeit ich glaube vier monate von denen kommt das hin ja vier bis fünf monate vier bis fünf monate von denen da ist die fahrzeug der fahrzeug umbau mit drin jetzt ist es so ihr baut nicht immer direkt das fahrzeug zuerst um sondern wie läuft also wir bauen erst die kabinen auf und dann natürlich weil das einfachkeit halber wenn das fahrwerk verbaut ist ist das fahrwerk ist das fahrzeug 70 millimeter höher und man steigt halt einfach unbequemer ein und aus das werden wir gleich mal im extra video zeigen wie wird sowas gebaut ja wenn man sich das fahrzeug jetzt mal anschaut da sind noch einige änderungen durchgezogen du hast du mir gesagt macht auch alle chromteile schwarz was habe ich gesagt nein ich folie das ganze wir werden sehen ich komme vielleicht noch mal wieder aber du könntest alles das was hier chrome ist wir haben das chrome paket bestellt auch schwarz machen wiederum ja natürlich gerne das ein vorteil optik einfach ja das muss ein gefallen also ich fand das chrome cool gut ich bin noch ein bisschen älter wie du ich finde einfach ich finde schwarz cool also das ist jeder wie er wie er es gerne hätte kann man machen dann hast du hier vorne hast du diese windabweiser hast du mit eingebaut die sind aber nicht nur an der seite sondern sie sind auch hinten der vorteil ist natürlich windgeräusche und ich kann einfach das fenster offen lassen ohne dass jemand ins auto langen kann und bei regen regnet das natürlich nicht gleich ins auto rein das heißt ich kann das fenster leicht entsprechend geöffnet lassen kann vorne durchlüften habe das mit drin das sind aber keine billigen schütze ich nehme auch an die sind auch einzutragen oder haben die eine ce nein die sind von toyota original original toyota so machen die üblicherweise wenn ich sowas gekauft habe hatte ich anschließend mehr windgeräusche wie vorher ist das hier anders ja genau also ohne witz ich habe welche gekauft habt ihr dran gemacht und dann war ab 100 kmh waren die total laut nein das ist da von toyota so entwickelt und gibt da keine schwierigkeiten so auch original sind die kotze verbreitung original toyota ja stehen im auto gut auf jeden fall deshalb auch die spurverbreitung das schaut halt optisch muss es auch zusammen passen mit der spurverbreitung habe ich auch am besseren wendekreis also gibt nicht nur nachteile und deshalb habe ich dir die verpasst weil es einfach optisch ich sag mal stimmig ist das ganze der hersteller heißt safari ja tatsächlich das gesehen also ich habe ja keine ahnung davon ich bin ja ganz neu jetzt eigenes fahrzeug vier mal vier wir haben eben sachen getestet wo ich selber gesagt habe okay will will ich das machen mit neuen fahrzeug du hast zu mir gesagt das fahrzeug kann mehr als ich angst habe ja genau also ich sage mal bevor das popometer sage ich immer das hat von eigenen vom eigenen gefühl ist es immer anders wie in der wirklichkeit und das fahrzeug bevor das kippt da hast du viel mehr angst und viel mehr schweiß auf der stirn bevor das passiert so jetzt ist hier hinten ja die kabine das bedeutet hier kann ich lasten zum beispiel transportieren du verkaufst keine autos ohne camper das kann man direkt mal sagen das ist jetzt ein mehrstufiges verfahren weil wir denen es mal ein paar monate nutzen am liebsten hätte ich keinen camper gehabt aber du bist ausgebucht genau also wir haben momentan zwei fahrzeuge im bau und von daher unmöglich also wir sind 14 bis 16 monate momentan voll mit aufträgen aber wir werden das jetzt machen mal ein bisschen marketing für euch betreiben ja wir sind in unterfranken das ganze ist in bayern und in franken also ein teil von bayern so muss man zu sagen aber das ganze lässt sich das bewerkstelligen ich sag mal in deutschland den umbau kann man das bezahlen weil das ist ja ist ja doch so eine sache man könnte auch ins ausland gehen aber die qualitätssicherung war die wichtig ja das ist das a und o also bei mir ich verkaufe deswegen auch nur namenhafte produkte bei mir wird das im haus hergestellt auch die lackierung da legen wir wert drauf und klar kostet das geld aber dafür hat man es gut investiert und man hat 20 jahre spaß so das hier ist jetzt die interimshalle so muss man sagen habt ihr jetzt wie lange gebaut oder werdet ihr noch bauen circa sechs monate beim noch bauen hier und dann geht es in neue räumlichkeiten die werden extra für euch angefertigt neu gebaut genau 3000 quadratmeter auch viel 3000 quadratmeter also wir haben eine halle die ist dann viermal so groß wie die mit lackiererei also wir haben eine eigene lackierkabine möbelbau sandwichbau kabinenbau servicetechnik alles im haus kommen wir mal auf das basis modell der toyota hilux den gibt es mittlerweile weltweit die un fährt dieses fahrzeug hast du mir erzählt und da wurden spezielle anforderungen an toyota gestellt der service musste quasi fast weltweit sein genau also man braucht einfach gewisses netzwerk an werkstatt abdeckung und das ist einzig ein einzigartig bei toyota und das ist auch gelungen ja kleinigkeiten zum beispiel das reinschrauben einer entsprechenden airline schiene die drin ist da gibt es einiges zu beachten was hast du gemacht ich habe die löcher versiegelt gegen korrosion geschützt ich habe edelstahl schrauben verwendet und eben die aluminium airline schienen abgedichtet dass kein wasser drunter kommt dass eben auch nichts des rosten anfängt oder korridieren die frage hatte ich dir gestellt am telefon genau der kontaktschutz was hast du mir geantwortet das ist mein tägliches job ja da achte ich drauf und das ist schon wichtig und das verstehe ich auch wir haben übrigens ein eigenes video gedreht zu dem camper werden euch den aber noch mal im kurzdurchlaufgrad noch mal zeigen was man da machen kann also so kommen die wenn die von toyota angeliefert werden ist ja schon gar nicht schlecht die gibt es aber noch mal in der arbeitsversion dann sieht er richtig schlecht aus das können wir ja mal zeigen für normale einsätze als schlechtwegefahrzeug und so weiter für forstdienste vollkommen ausreichend aber wenn ich mir das jetzt mal angucke das ist die kabine im bau und das ist die spurbreite die drunter steckt und das sind tatsächlich die reifen die somit geliefert werden das erinnert mich so ein bisschen an jeep und alten ja ja aber es ist halt einfach zweckgebunden das fahrzeug und von daher reicht es aus wie gesagt forstarbeit oder auf dem bauernhof da braucht man nichts anderes genau das ist so die kommen denn an könnte der kunde das so kriegen wie es hier steht mit der bereifung würdest du sowas nicht raus geben nein nein nur nur was wirklich sinnvoll ist ich war ich weiß was die kunden später glücklich macht also ich weiß wo sie unzufrieden sind und ich weiß wo sie zufrieden sind und ich schaue immer dass wir da den richtigen weg finden ja was mir aufgefallen ist du hast ganz viele sachen die du mir empfohlen hast die habe ich mal konkret übernommen bei anderen sachen habe ich überlegt okay fahr ich heute oder morgen jetzt in den einsatz den du gesagt hast mit dem spiegel habe ich gesagt erst mal nicht aber er wird ja eh noch umgebaut da können wir spiegel immer noch dran machen so ist es nachrüsten kann man immer noch kannst du immer noch so jetzt ist der ist schön könntest du auch den so böse machen wie wie meinen oder wäre das mit der traglasse ein problem nein natürlich das geht alles es ist halt immer eine frage was braucht man und was braucht man nicht und natürlich optisch geht es einen ticken schöner das ist alles nutzbar was wir machen und vor allem es kann auch wenn zum beispiel eine kotflügel verbreitung kaputt geht ist ärgerlich ich spritze mir alles voll ich haue mir steine gegen die kabine das passiert halt hier alles nicht das ist alles passiert hier ist alles sinnvoller auch verbaut für den buschcamper hier zum beispiel also wenn du rückwärts wie wir vorhin zum beispiel wenn du rückwärts im gelände unterwegs bist dann zieht sie quasi den spritzlappen zieht sie hier rein dann hast du direkt dazwischen und dann reißt du den ab deswegen habe ich hier auch einen spanngurt dann ziehst du das nach oben so weit wie es geht im offroad also im gelände und dann passiert es einfach weniger oder man kann vorbeugen das ist kein spielzeug auto hier damit fährst du wirklich ins härteste gelände all das was wir eben gemacht haben machst du auch mit der kabine exakt und vor allem noch einfacher weil einfach die last und die verteilung gewichtsverteilung passt ja also der die kabine wiegt jetzt wie sie ist circa 500 kilo ja circa 500 kilo mit ausbau circa 700 so die kabine ist sogar benutzbar bei minusgraden was man erzählt minus 20 grad da gibt es einen speziellen thermo vorhang den kannst du ja minus 27 grad waren kunden von mir im am nord kap und haben gesagt es funktioniert tadellos so der spaß geht weiter in den vier bis fünf monaten bauzeit machst du dann anschließend noch ein bisschen mehr du setzt diese kabine drauf die ist fest verbunden das ist keine kabine die mit spanngurten fest gemacht wird hinten auf der tragfläche die drauf ist sondern die wird fest mit dem fahrzeug verbunden genau die wird teil integriert das ganze wird also geniedert geklebt und verschweißt so klemm ich mal auf normalerweise die fahrzeuge verwinden sich ja so ein bisschen wie ist das hier miteinander verbunden fest das ganze ist geniedert geklebt eben und der rahmen was um die ganze kabine letztendlich sich entlang bildet das ganze ist eben geschweißt also das eingeschweißene rahmen im oberen drittel letztendlich hast hier komplett aluminium anbindung was das fahrzeug machen kann ist die kaoserie und die kabine kann sich weiterhin gegeneinander verwinden so wie es eigentlich auch gehört entgegengesetzt zu dem leiterrahmen wie beim station becken also ich habe ja auch es gibt zum beispiel den 79er oder bei dem modell das ist ja auch so ich habe ein high look single cap extra cap double cap das ganze wird nur länger und das macht den rahmen im prinzip nichts aus so deswegen habe ich das ganze fest verbunden das ist eine oben eine starre einheit und hält auch ein auto leben lang das ist wichtig ja vielleicht kurzer blick mal rein hier ist eine besonderheit dass du hier eine tür hast die nach oben öffnet die wasserdicht ist das heißt du kannst du wasser dich staub und wasser dich ja ich habe hier eine gummidichtung eine hohe kammer dichtung und außen eine flächendichtung also eine hohe kammer dichtung wie man sie kennt aus dem professionellen fahrzeugbau die muss ein bisschen mehr können glaube ich fast noch oder ja auf jeden fall du hast ja da hinten extreme ja einfach widderungsverhältnisse viel staub und da muss es geschützt sein so das ist ein weltreisemobil das hat mit normalem camping eigentlich nur noch damit was zu tun dass man hier drin auch schlafen kann ansonsten ist dieses fahrzeug hier ich kann damit berge hochfahren ich kann damit durch flüsse durchfahren ich kann nach island fahren damit du kannst alles machen damit das ist jetzt ich sag mal wenn leute kommen und sagen und sehen hier okay fahrzeug kostet wie viel was kostet was 150.000 150.000 euro die dann sagen naja da kriege ich ja auch ein pössl für mit allem drum und dran da kaufe ich mir den noch da mache ich auch camping da komme ich aber nicht an die ort oder genau so ist es und vor allem keine 20 jahre durch wirklich schlechte teile der welt das ist so wir sind eben mal durch einfach mal durch die baustelle bei euch gefahren die videos die bilder welche das noch mal kurz einblenden da habe ich dich gefragt geht das hier nur mit vier rad da hast du gelacht hast gesagt hier kommst du nur mit vier so ist es ja sperren der hat nur eine hinterradsperre das langt oder ja das langt also du hast ja auch gemerkt es ist so dass einfach die vorderachse sehr anfällig ist für laien oder für unwissende und wenn man nicht weiß was man was man tut oder wann man es tun soll dann am besten nur eine hinterachssperre die ist der dankbare kommen wir mal auf das thema also das ist der wohnbereich schaut euch bitte das video an wir haben ein eigenes video gedreht von dem fahrzeug du warst ziemlich aufgeregt die präsentation du hast es ja vielen redakteuren gezeigt wie war die 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 reaktion fachmagazin und co ja natürlich das es gibt immer pro und kontra aber wenn man sich das fahrzeug besichtigt und sich die intentionen mal genau vor augen hält kommt man immer wieder auf ich sag mal diese bauweise und diese art von reisen 3,5 tonnen hast du eingehalten auf jeden fall also auf jeden fall ich bin lehrgewicht habe ich 2870 kilo mit halbem kraftstofftank das heißt wenn der tank voll ist circa 110 kilo diesel und 117 liter wasser bin ich bei circa 3100 kilo um 3100 kilo da sitzt schon jemand drin fahrer ist dabei nein fahrer kommt noch on top das heißt wenn ich losfahre gut packe dann habe ich genau dreieinhalb tonnen das ist so das ist aber auch in der in der reihe das ist jetzt aber keine double cap oder die du hast nein das ist ein extra cap was ist extra cap extra caps in 1,5 kabine also du hast hier quasi einen not sitzbereich hier haben wir eine kiste eingebaut ein notplatz auf der linken seite und rechts eben die fahrzeugseite wo man belebt da ist eine staukiste verbaut so das ist fix mit drin genau da kann man halt raussuchen es gibt verschiedene varianten und ich habe jetzt hier zum beispiel eine noch das sind schubläden das ist schon sehr cool weil alles was du zum außenleben brauchst kannst du hier einräumen essig öl alles was dreckig ist was auslaufen kann und im ausbau und nichts verloren hat das kommt da rein die ist auch dicht nach unten die ist dicht ja okay hier vorne war was ist das für ein element was da drin ist strom ja das ist unser leer lps stromsystem mit 160 ampere lithium ion batterie da ist alles integriert was gibt also ich nehme an der solar regler auch genau solar regler ladebooster ladegerät also landstrom solar regler haben schon gehabt und überspannung unterspannung notstartfunktion ist alles vorhanden das ist aber nicht vergleichbar mit so einer power box die man überall findet sondern die wird ja durchgerüttelt oder genau das ist piston und rüttel fest das habe ich auch dementsprechend in dem aufbau und in der befestigung mit integriert und daran gedacht das ganze hält zehn bis zwölf jahre da braucht man sich keine gedanken machen und wenn kann ich das ganze noch redundant bauen also ich brauche einfach dieses system noch mal neben dran dann haben wir zwei anders stecker vier kabel wo man umklemmen muss und dann habe ich quasi dasselbe system noch mal zur verfügung und dient sonst und dient sonst als kapazitätserweiterung so was hast du ja leute die fahren damit auf weltreise welche anwendung könnte man denn noch denken außer weltreisen gibt es hier zum beispiel leute die im wald arbeiten müssen da übernachten müssen gibt es das auch ja natürlich ein abdicher bereich anfragen also wir haben auch schon leere kabinen gebaut zumindest halt so dass man sie einfach anderweitig nutzen kann notarzt zum beispiel der irgendwo hinkommen muss genau da haben wir da haben jetzt eine anfrage und ein angebot geschrieben einmal so dass medicals ist package mit blaulichtern und notfall lichter außenrum da werden auch in der art was bauen ja das kann ich jetzt aus dem den mir gebaut hast kann ich jetzt später auch im buschcamper natürlich bauen das heißt die reihenfolge ist egal warum prinzipiell ja die höhe ist halt immer das problem weil ich muss ungefähr 3.178 mal ins auto ein und aussteigen um das fahrzeug fertig zu bauen und das ist halt einfach komfortabler wenn es ein bisschen niedriger ist wieso wieso schaust du mich jetzt gerade dabei an weil ich bin ja nicht mehr der jüngste ja der nein aber das ist halt wir haben unsere reihenfolgen aber selbstverständlich können wir dieses fahrzeug später umbauen ja ich bin eben zur tanke ist schon blickfang ja wenn du tankst mit allem drum und dran ist das so ein bisschen ich meine vom preis leistungsverhältnis her mit umbau wo wo liegen wir hier ungefähr bei 90 ja basisfahrzeug ungefähr 85 90 und dann eben noch die kabine und hopp nach ausstattung dann haben wir bei den 150.000 jahren das boto irgendwie steuer ja ich mache jetzt mal was anderes du kommst du wieder auf die beifahrer seite ich gehe jetzt mal auf die fahrer seite machen wir es immer umgekehrt aber ich bin ja eben schon ein bisschen probe gefahren da kann ich nämlich ein bisschen besser filmen denn dieses fahrzeug hier ist quasi im vergleich zu einem landcruiser ein richtiges luxus fahrzeug du hast elektrische fensterheber das gibt es auch beim landcruiser ja bei den neuen benzine benziner gibt es das beim neuen benziner dieser motor hier da hast du zu mir gesagt das ist ein motor der ist wirklich so kraftvoll dass man ihn fast was ist passiert du musst das licht ausmachen das licht ausmachen dass die batterie nicht leer geht jetzt haben wir es aus ja so steigen wir ein ich zeige erst mal die sitze die sitze sind richtig schön fest die sind gedacht um ein leben lang zu halten man kennt der toyota sitze aus den autos die teilweise 20 jahre alt sind wo täglich 30 mal ausgestiegen wird irgendwann sind auch die mal kaputt aber die halten lang ja die halten lang und wenn nicht beziehungsweise wenn man einfach reisesitze haben möchte die haben auch im angebot wahlweise kann man machen wie man möchte kann man auch noch nachrüsten hat das fahrzeug adblue hier ja tank einfüllstutzen ist daneben ist oben im motorraum also quasi an der stirnwand hinten und fährt in europa ganz normal mit adblue gibt es keine probleme kann man den umrüsten lassen im ausland ja kann man umrüst lassen wir haben ein set zum umbauen dann ist das system läuft dann wie ein fahrzeug ohne euro 6 wie ohne euro 6 das ist dann in ländern erlaubt wo es erlaubt ist ja wo es keine abgasnormen vorschriften gibt ok das ist in fast allen ländern so also wenn man mal sieht man hat irgendwie paar hundert länder das ist aber schon sinnvoll dass es adblue gibt wie ist denn die reichweite mit so einem adblue oder kann ich da was mitnehmen wenn ich ihn dann auf einmal mache natürlich also ich kann hier 20 10 liter kanister bekommt auf jeden fall unter ich habe hier 18 liter füllvermögen damit komme ich circa 8000 kilometer das heißt ich fülle das ganze auf oder fülle nach und immer wo ich adblue bekomme kaufe ich einfach wieder ein 10 liter kanister macht das ganze immer relativ voll der motor ist relativ einfach aber das stimmt so nicht der hat schon richtig power 2,8 liter merkst du diesen hubraum weil viele träumen ja davon die träumen immer was ich egal höre der drei liter amarok wenn es den noch gäbe ja das stimmt es ist halt einfach hubraum ist durch nichts zu ersetzen also es ist der die verbrennung findet ganz anders statt und man hat einfach mehr drehmoment serienmäßig ohne topolader das ist so das drehmoment kannst du hier ganz leicht erhöhen es gibt einen kriechgang wir können ja mal darauf eingehen das fahrzeug kommen wir hier vorne steht eine coke zero wenn die mal gerade wegnimmst würde hast mir eben geschenkt an der tanke danke dafür noch mal das ist ein ganz wichtiger schalter ich drehe mal gerade das licht ein bisschen runter kann man möchte ein bisschen besser zeigen dass wir das mal sehen das ist ein schalter mit dem kann ich die verbindung von den vorder- und hinterrädern einstellen genau das fahrzeug ist prinzipiell heckbetrieben das heißt ein heckantrieb und wenn ich den schalter umlege auf h4 dann sperrt die mittel differenzial und ich habe einmal 50 prozent hinten antrieb und 50 prozent vorne sondern geht es noch genau weiter l4 genau die untersetzung dann drehe ich einmal weiter dann wird das ganze noch untersetzt und ich habe noch mal mehr drehmoment zur verfügung so jetzt ist es ja so der Iveco daily firma vier hat drei sperren so der wiegt doch ein bisschen mehr hat das gewicht auch was damit zu tun wie ich sag mal wie geländegängig so ein fahrzeug ist ja auf jeden fall also du kommst einfach mit einem leichteren fahrzeug agiler über hindernisse und das macht auch gewissermaßen die deswegen braucht man auch drei spannen weil du relativ schwerfällig bist und mit dem mit dem kommst du einfach mit ein bisschen drehzahl und ein bisschen geschwindigkeit kommst du mit dem einfach besser drüber ich kenne jäger da hat ein panda vier mal vier von pucht der geht ohne ende der der weil der wiegt nix ja das wirklich so das heißt also je leichter ist desto weniger kann ich mir den schnickstange eingespartner brauche ich beim panda noch nicht mal so richtig große offroad reifen sondern der fährt weil er so leicht ist oder genau kommt da drüber bei der verschränkung harber zahlt dann ja und bei der last vor allem wenn du wenn es wirklich last voll werden soll dann gehen bloß ich sag mal blattfedern an der hinterachse deswegen hat auch dieses fahrzeug noch an der hinterachse blattfedern das fahrzeug kann man kann man beladen und belasten so das ist eine doppelkabine ihr wollt nämlich jetzt demnächst buschcamper bauen auch für familien das ist eine wichtige sache also die drei oder vier leute haben mitnehmen müssen oder die nehmen babys mit und so weiter macht er das fahrzeug jetzt länger den den buschcamper fünf zentimeter haben wir länger gebaut um einfach unten noch ausreichend schlaffläche in fahrtrichtung längs zu erreichen also das haben wir jetzt gelernt das ist hier push hier kann ich also den untersetzungsgang einlegen jetzt kann das fahrzeug noch ein bisschen mehr da unten ist eine differenzialsperre eine heck differenzialsperre hast du gesagt das ist die wichtigste für die hinterachse exakt weil die auch nicht so anfällig ist die das ist wie beim quad quasi die hinterachse ist gesperrt und die kann einfach ganz anders agieren und du hast einen ganz anderen ausgleich wie jetzt bei der vorderachse so davon ist noch ein schalter mit dem finger drauf sagt dac steht drauf was was kann die die bergabfahrhilfe das heißt es erleichtert die einfach das fahrzeug bremst von selbst und du du kleidest den berg runter ist auch ein automatikfahrzeug er hat sagen genau automatikgetriebe wandern was hat er wandler wandler was hat das den vorteil gegenüber zum beispiel doppelkupplung ja gut das ist nicht zu vergleichen andere technik alt bewährt also wandlergetriebe wird glaube ich seit den seit den 40er 45er jahren verbaut und das ist haltbare technik ist verschleißbar annähernd verschleißfrei braucht keine kupplung wechseln wie jetzt zum beispiel beim dsg hat er nach wie vor eine kupplung und das ist schon haltbar gebaut und man hat einfach eine ganz andere fahrdynamik natürlich ist es nicht so angenehm vom schaltverhalten her aber dafür ist robust der vorteil ist glaube ich mal ich habe mal in wohnanhänger habe ich mal rückwärts hoch drücken müssen in kroatien bis zum anschlag des drehmoments ja das kann der wandler ohne dass der kupplung verbrennt genau das ist der vorteil auch im gelände du hast nicht das ständige schalten du hast nicht das aufpassen wirklich das auto jetzt ab in irgendeiner wasserdurchfahrt sondern ich fahre einfach durch und ist immer da hier vorne hast du eco und power was was kann das ja ich kann hier quasi das drehmoment verändern und auch die das ist der sogenannte ladedruck ja der wird ein bisschen herabgenommen es wird einfach später gezündet und dadurch ist das fahrzeug braucht weniger kraftstoff hat weniger leistung aber dafür fahre ich einfach kraftstoff sparen und auf power genau umgedreht da ist ein schnorchel übrigens dran wir haben uns eben noch über die watttiefe unterhalten viele autos sind ja so spielzeug wasserdurchfahrautos weil die elektronik ein problem ist wie ist das mit der lüftung hier von der sperre hinten das muss nach die achsentlüftungen getriebeentlüftungen müssen nach oben gelegen werden hast du es hier schon gemacht nein noch nicht noch nicht gemacht nein das muss erst beim zuge des aufbaus wird das ganze umgesetzt das macht ihr dann ja da kommen wir auch viel einfacher hin du hast ja wenn die bridge runter ist dann kommt man relativ gut hin und hat leichtes spiel so ist das so das war die frage hat der landcruiser du hast ich habe gesehen du hast ein paar landcruiser noch im hochstehen hast ein paar noch bekommen oder ja doch ich habe die gleich mal gekauft weil landcruiser sind nach wie vor gefragt gibt es halt nur noch neu als benzinversion und deshalb der säuft ja natürlich der braucht gut kraftstoff was fast ungefähr 18 bis 20 liter auf 50 18 bis 20 liter okay aber das ist so beim landcruiser hat er drei sperren der landcruiser nein der serienmäßig gar keine gar keine nein das heißt doch die mittel differenzial hat er aber keine achs differenzial sperren die müssen wir erst nachrüsten die müsste nachrüsten die kommen nicht ab werk nein okay so das ist das serienradio das ist übrigens man man ist ja so ein bisschen komfort gewohnt jetzt hat man hier ich sag mal lederlenkrad multifunktionslenkrad die verstellung rückfahrt camperer tempomat mit drin klimaautomatik eine ordentliche heizung ist hier mit verbaut du hast eine sitzheizung mit drin ist das nicht zu viel eigentlich manchen leuten die sagen hey ich will es doch ich will es doch wie früher haben dactari ja aber genau das sind die leute wo sich das so nachrüsten lassen das heißt ja doch genau dann müssen nachbausitze oder offroad sitze rein mit sitzheizung da muss man alles nachrüsten und die elektronik ist natürlich anfälliger als die originale es gibt viele da steht vier rad drauf die zum beispiel einen zusatz zusatz antrieb haben über elektro mittlerweile sehr entkommen das kannst du alles nicht vergleichen nein das also das rad bremst ab das heißt das rad wo es sich in der luft befindet und eben am meisten schlupf hat das wird abgebremst das heißt die bremse muss wirken und dann über die kraft auf die andere seite gelenkt und das ist eigentlich genau falsch so das ist gut erklärt finde ich sag mal wenn man hier jetzt drin ist lautstärke verhalten das nervt ganz ganz viele die fahren mit den fahrzeugen lange strecken gerade unimog kunden sagen zu mir die fahren eigentlich ungern am tag mehr 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 wie 50 kilometer weil die kiste so laut ist und sich auch nicht so toll fahren lässt dafür wurde nie gebaut ist ein einsatzfahrzeug ganz klar der unimog und hier hat man eben einen guten kompromiss hier wird immer weiterentwickelt auch bei dem hilux es wird immer auf wird immer wert gelegt auf achsgeometrie wie lässt sich das auto am besten fahren manövrieren den lenkeinschlag und da ist es das ausgearbeitet das ganze auch geräuschentwicklung ich habe alles gedämmt in dem fahrzeug ich habe die stirnwand gedämmt von innen das ist ein ganz anderes fahrfeeling und fahrverhalten wie im bkw sind sind eben mit gefahren also du kannst dich flüsternd unterhalten du sagst nur die reifen die ich jetzt drauf vielleicht nicht die optimale wahl für straße die werden lauter mit der zeit genau also nach 15 bis 18.000 kilometer so was um den dreh fangen sie eben an dass sie man sagt summen dann werden sie einfach lauter weil es gehöbere stollen sind so also toyota hilux wir bekommen heute unser auto von julian von busch camper und werden euch gleich mal zeigen wie das ganze hier gebaut wird das ganze nämlich mitten in franken er ist richtig schön böse wir werden jetzt mal euch die artikel liste übrigens mal dabei tun was wir hier alles verbaut haben und ich kann mir vorstellen dass du doch die ein oder andere anfrage schon mal kriegst originalfelge mit bf gutrich hat natürlich den vorteil die originalfelge kriegst du weltweit dem bf gutrich auch ja doch weil er einfach das meist gefahrenste fahrzeugprofil ist das mal hast du auf schnickstark verzichtet h4 licht mit drin full led brauchst du hier nicht das ist gar nicht gewünscht ja hallo gehen das muss austauschbar sein man muss selber warten können am fahrzeug und das kann man hier nach wie vor darfst noch eins zeigen es gibt eine seilwinde mit funk fernbedienung und kabel fernbedienung sind eigentlich normale batterien drin in der funk fernbedienung tatsächlich lithium batterien wo man nicht tauschen kann ja die halten in der regel 10 bis 15 jahre wenn ich zum hersteller eben einschicken der kann die einbauen ist aber ein kabel dabei und deswegen ist auch ein kabel zusätzlich dabei ich drücke einmal lang auf mode dann leuchtet das blaue licht einmal das signal für die funk fernbedienung und dann kann ich das nach außen lassen das ganze einmal mechanisch per fernbedienung hier haben wir ein loch reingemacht dass wir quasi das seil rausziehen zeig mal gerade da ist ein lok genau der hebel den habe ich gedreht also in pfeilrichtung pfeil schaut nach vorne und ich kann hier quasi einmal das windenseil rausziehen das ist auch ein kunststoffseil also gegenüber dem stahlseil ist es von vorteil weil es leichter ist sicherer ist und vor allem es ist wirklich der handgegenübersicher so bitte nicht wundern du hast den war zwar nagelneu auf dich erstmal zugelassen damit du die ganzen eintragungen machen konntest ja das geht auch woanders also man könnte das quasi direkt an der eine kfz zulassungsstelle tätigen nur stellen sich manche quer weil es einfach zu viel und keine normalen eintragungen die leute kennt die leute nicht dass er denen jetzt einen gutschein gibt für den nächsten urlaub oder so sondern das ist halt viel einfacher wenn das einer mit euch schon 50 mal gemacht hat den brauchst du nicht alles neu erklärt exakt so ist es richtig bitte mach mal die stoppt automatisch eigentlich nein die stoppt nicht automatisch aber man muss halt das ein bisschen raus haben das mit damit muss man arbeiten und man hat gesehen kurz anziehen das ganze fixiert super ja wir sind bei buschcamper vier mal vier weltreisefahrzeuge www.buschcamper.com das ist unser neues firmenfahrzeug von medien saarland oder eins von vielen allerdings eins mit dem wir sehr sehr oft jetzt kurze strecken verwenden werden mit dem du überall hinkommst und mit dem du auch einen schlanken fuß macht zum beispiel auf der abenteuer allrad da kannst du vielleicht doch nicht mit der sogenannten weißware hinfahren obwohl die jetzt weiß ist oder ja das stimmt naja das ist halt einfach das fahrzeug ist zweckgebunden umgesetzt ja ich habe hier ein kraftstofffilter der ist original bei unserem buschcamper umbau gibt es noch einen zweiten mit wasserabscheider dazu das sitzt quasi gleich vor dem tank von den haupttank und das ist halt toyota like ich hier habe ich einfach ein drahtseil das wohl den filter hält das kann ich nach außen machen und den kann ich nach oben weg ziehen quasi den kraftstofffilter und dann kann ich den tauschen das ist halt nach wie vor so gebaut dass man das ganze auch selbst tauschen kann okay das ist kein streichel 4x4 hier genau das ist ein professionelles offroad gerät mit dem die uno fährt mit dem förster landwirte also kein wie heißt der kleine eigentlich ohne da jetzt immer beleidigen zu wollen der raf 4 nicht so lachen ja genau nein überhaupt nicht aber es ist halt einfach jeder hat seine daseinsberechtigung und dieses fahrzeug ist einfach für wüstenregionen gebaut das ist für höhen gebaut es wird in südamerika bewegt das wird in afrika bewegt in australien überall und in australien übrigens auch mit euro 6 und die kommen auch durch so julian ja du bist hier der geschäftsführer du bist noch recht jung dein werdegang was hast du alles gelernt also ich bin kfz mechatroniker bin ein markau sieben fahrzeug baumeister und technikermeister und technikermeister super vielen dank fürs einschalten heute 1 august 2022 da ist er jetzt den werden wir heute mitnehmen und der wird die woche noch umgemeldet danke fürs einschalten tschüss julian